Seit 2009 erweitert der GT bei BMW die Fünferfamilie. Jetzt, nach mehr als einer Million verkauften Fünfern der sechsten Generation, hat BMW der oberen Mittelklasse ein Facelift gegönnt. Nicht nur optisch, sondern auch technisch aufgefrischt kommt der Fünfer Gran Turismo daher. Aber ist der Fünfer GT eigentlich ein Fliesec-Modell im klassischen Sinn? Wir ergründen Charakter und Zielgruppe des Extravagantesten unter den Fünfern. Der Fünfer Gran Turismo ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit den klassischen Fliesec-Limousinen, die man von früher kennt, sondern er vereint eigentlich in sich die Vorzüge von diversen anderen Fahrzeugkonzepten. Zunächst mal ist es eine Limousine mit vier Türen. Es ist aber auch wie bei einem X5-Fahrzeug mit einer erhöhten Sitzposition, wo man auch besser den Verkehr überblicken kann. Und das Ganze verpackt in einer eher Coupé-haften, eleganten Form. Wir testen den 535i X-Drive, den kleineren der beiden angebotenen Benziner. Der Sechszylinder entwickelt ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern und leistet 225 kW. In Deutschland kostet er ab 62.300 Euro. Die Einstiegsversion, 135 kW Diesel, ist aber schon für unter 50.000 Euro erhältlich. Neu im Fünfer ist jetzt auch die Möglichkeit, das Navigationssystem hier mit Buchstaben zu programmieren. Zieleingabe, neues Zieleingeben, so. B, E, R. Also mir persönlich gefällt da die Sprachsteuerungsvariante doch besser. Zieleingabe. Bitte nennen Sie erst den Ort, gefolgt von Straße und Hausnummer. Berlin, Wolterstraße 6. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Das ist im Grunde ja nichts anderes, als wenn man mit Freisprecheinrichtung telefoniert. Man redet einfach, kann aber beide Hände am Lenkrad halten, fährt einfach und redet mit jemandem, wie mit jemandem, der neben einem sitzt. Was schön ist im Fünfer Gran Turismo, die Variabilität. Man kann die Rückbank nach vorn und hinten verschieben, man kann die Lehne der Rückbank noch einstellen, wie senkrecht man sie gerne haben möchte. Dadurch hat man natürlich hinten im Kofferraum enorm viel Platz. 500 bis maximal 1700 Liter Stauraum stehen zur Verfügung. Damit übertrifft der GT den Kombi, der nur 1670 Liter fasst. Das ist ein Fahrzeug, was für die große Reise gedacht ist, wie der Name schon sagt, ein Gran Turismo. Und hat sehr viel Platz im Innenraum, insbesondere auch hinten. Sehr hochwertige Materialien, also alles in allem ein sehr luxuriöses Ambiente. Und dieses Fahrzeug ist halt schon für einen gewissen Geschmack und für ganz bestimmte Kunden gedacht. Und auch vom Volumen entsprechend natürlich auch geringere Stückzahlen realisierte. Ein Fahrzeug also für anspruchsvolle und extravagante Kunden. Also der Innenraum hier im Fünfer Gran Turismo, der ist schon im Vergleich zum normalen Fünfer ganz anders. Die Instrumententafel hier vorne, das Ganze, das ist alles sehr geschwungen. Die Mittelkonsole ist etwas breiter als im normalen Fünfer. Mehr sehen nach hinten ist auch noch ein anderer Punkt, der mir persönlich nicht wirklich gut gefällt. Man sieht kaum etwas durch die ansteigende Schulterlinie und das doch relativ schmal wirkende Fenster von hier vorne. Also rückwärts einparken ohne Kamera ist da schon eine Herausforderung. Fazit. Also wie bei jedem Auto gibt es auch im Fünfer Gran Turismo Sachen, die mir gut gefallen und Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Gut gefällt mir vorne das Armaturenbrett und hier diese Mittelkonsole und das Fahrverhalten. Nicht so gut gefällt mir die Optik, wenn man dahinter steht. Aber wenn ich drin sitze, sehe ich es ja nicht. Aber wenn ich drin sitze, sehe ich es ja nicht so gut gefallen.